So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4, die Open Beta, die jetzt für jedermann verfügbar ist. Wir sind immer noch hier auf Siege of Shanghai. Die einzige Map, die in der Beta angeboten wird, befinden uns bei C in luftigen Höhen. Ja, und hier oben haben wir auch schon viele böse Jungs. Wow, und da schießt mir einer direkt mit dem RPG ins Gesicht. Bei mir sind Terminator und der Furbster. Die haben beide ungefähr 17 Stunden mehr Spielzeit als ich. Dementsprechend auch ein höheres Level. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, wer der bessere Spieler ist. Ja, und damit ist der Niedertod. Gut, das Haus macht gerade die deutsche Wirtschaft und es geht bergab. Achso, jetzt hat es bei mir auch gerade Plopp gemacht und die Map sieht anders aus. Ich glaube, ich spawne mal gerade beim Färbinger als Raccoon. Raccoon haben wir nämlich noch gar nicht gezeigt. Oh, hör auf zu wackeln. Ja, das war der. Bei D saß, es sitzt nur einer auf dem Dach. Wo zum Geier siehst du hier ein Gegner? Bei D sitzt einer auf dem Dach. Oh, ich sehe ihn. Hinter den Klimaanlagen. Ja, ja. Ich sehe hier gerade irgendwie nur Staub und Rauch. Doch, da sind mehrere. Die sind jetzt auf der linken Seite. Sogar markiert. Ah, da. Ich gucke überhaupt halt so ewig, bis sie da ist. Oh, ich lege mich jetzt mal hier hin. Oh, und derf. Dann soll das gerade auch gleich viel besser klappen. Ich schieße zurück. Oh, ja, lol. Bin erschossen worden. Ja, vom Boden aus. Oh, vom Heli, vom Heli, vom Heli. Ich habe einen Desktop-Crash. Nein, der hat mich. Mist. Ja, gut. Macht nichts. Ich spawn bei D als Engineer. Da fahren nämlich gerade ein paar Fahrzeuge vor. Der Attack-Heli wäre im Übrigen auch frei. Mann. Gut. Mach ich den heute? Das ist ein Crashpunkt. Meine Güte, so. Dich haben wir. Ah. Okay, D ist also richtig viel Action. Da sind viele Leute. Oh, der Angriffsheli ist bereit. Ich hoffe mal, ich spawne. Ja, ich bin tot. Vielleicht kann ich bei dir spawnen. Schon ist er kaputt, der Hubschrauber. Bin in einem Transport-Hubschrauber. Sporn da drin. Gesterns MG. Bist drin? Nee. Noch nicht jetzt. Bin auf der rechten Seite. Rechte Seite, rechte Seite. Gut. Dann müsstest du eigentlich jetzt da gleich irgendwo Gegners sehen. Erstmal werden wir aufgeschickt. Flares, Flares, Flares. Boah, das Ding brennt und ist einfach so generell im Eimer. Boah, ich geh mal hoch, weil da ist der Transport-Heli von den Gegnern. Ja, lol. Ja, er piggiert uns auf. Was hat das Ding denn für eine Range? Achso, der steht auf dem Dach, der Typ. Ist aufgeschaltet. Die sitzen zwischen E und D. Meine Güte. Krass, du warst eine Range. Trotzdem. Vorne bei D, ich geh aufs Dach. Ja, die sitzen auf dem D-Haus. Ich bin auch bei D. Ich schieß heute nur daneben. Was ist denn los? Jetzt. Tschüss. Ah, Panzer. Wah. 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 Ach, du lieber Gott. Der in diesem LRV, der hat auch unendlich Munition. So kommt es mir vor. Hat er ja generell auch. Das habe ich 1 zu 6. Jetzt machen wir mal ernsthaft hier. Das gibt es ja wohl nicht. Deploy und abgeh die Fahrt. Oder auch nicht. Geht die Fahrt in die Hölle, oder was? Na ja, ich habe den Kopf rausgemacht und da standen 5 andere Gegner. Dementsprechend, ne? Ja. So, jetzt läuft's. Nein, die fahren als unser, würde ich sagen. Ja, da ist aber noch ein Panzer. In der Küche ist noch jemand. Ich demontiere den, dem ich den Motorblock kaputt mache. Panzer direkt. In der Küche hocken noch drei Leute. Ach, Mist, daneben. Tatsächlich, das ist eine Küche. Och, und noch ein Panzer. Das ist Küchenstudio da unten. Ich spawn in dem Heli und dann spring ich ab. Äh, ja. Das hat sich dann gerade erlebt. Hinter uns, hinter uns, Gegner. Ab hinten. Über uns, links über uns sind auch welche. Aua, aua, aua. Ich weiß nicht, wo von hinten an gelaufen kommen. Ich bin runtergesprungen. Dreimann. Meine Güte. Oh nein, und jetzt kommt von hinten wieder einer. Ach, sie haben auch jedes Mal das Glück. Aber wir liegen noch vorne von Punkten her. Das passt. Äh, C. Hannes, ich muss auf ein Dach. Äh, C. B, ich gehe bei B aufs Dach. Ach, das Dach, ja. Ah, hier ist auch ein feindlicher Panzer. Das sind irgendwie überall Panzer. Das wundert mich auch so ein bisschen. Ja, das ist C4. Ja, genau, C4. Hier ist wahrscheinlich diese schnelle Respawn-Ding. Ich denk's an, ne? Das habe ich noch nicht gesehen, dass es das bisher irgendwo gibt. Also, die Helis haben drei Minuten. Boah. Oh, beeil dich, Furby. Ja, bin auf dem Weg. So, äh, ja. Ich gehe jetzt auf dem Engineer. Geht auf der Seite auf. Hast du den Ghostwing drin? Noch nicht kennen. Noch nicht. Äh, größter Trick. Aufs Dach legen und runterfeuern. Das ist unser, unser Dach. Fing schon mal C4 an. Wir sitzen drüben auf der, auf der anderen Seite wieder auf dem Dach. Machen wir den Jungs, die ganz da oben sind. Schießen, reichen unsere Kugeln bis darüber? In der Theorie ja, in der Praxis nein. Wie viel Meter ist das? Scheiße. Äh, 280 Meter. Bis da drüben zum Heliwrack. Hm, hätte ja klappen können. Also, ich bin jetzt auf den Gegnern unten. Also, ich habe einen Hitmarker gekriegt da drüben. Gott, ich bin ein mieser Sniper. Hier unten bei C, seht ihr das? Ich habe noch nicht einen Hit gelandet. Eben lief es so gut. Snipen gerade auf. Ich bin da auf dem Vordach. Zack, jetzt einmal. Ah, er hat mich gerettet. Beschossen? Von wo werden wir beschossen? Ah, lol, alter, 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 alter. Ich weiß nicht, wie viel Meter das sind. Ich habe keine Ahnung. Das sind 180 Meter bis da drüben. Also, mit 200 kriege ich Hits. Jetzt habe ich es von dem gegnerischen Haus da drüben bezogen. Ja, die haben den Vorteil, dass sie halt ein Ding höher sind. Das heißt, wenn wir jetzt C einnehmen, gehe ich da direkt hoch. Gib dir das mal. Hier. Alles geht mal. Die Leute da oben sitzen. Ja, ja. Siehst du das gerade? Ja, ja. Da gehen wir gleich mal als Assault hin. Na komm, nimm C. Nimm C. Ich möchte zu C, bitte. Gegner hier oben. Gegnererstellung. Ja. Natürlich habe ich auf dem C verloren. Natürlich ist es halt wieder gegenseitig. Das ist halt so lächerlich. Also, ich weiß nicht. Ich kriege da hinten. Ich habe auf dieser Entfernung noch, egal mit wie viel Meter ich schieße, ich habe da noch nie irgendeinen Hitmarker bekommen. Noch nicht einen einzigen. Bei mir kommt da keine Kugel an. Ja, okay. Der famose. Der famose. Aber die Idee ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Bin bei dir. Hallo bei dir. Da steht ein paar. Hinteren Schrot. Take it. Komm, da einer mit uns geschützt. Wir müssen auf das Dach hoch, erst mal. Können wir nicht aber das Haus einreißen? Das kann man leider nicht umlüten. Boah, wird beschossen. Oh, letztlich ist gerade ein bisschen. So. Von mehreren Seiten. Einer ist drinnen. Einer ist drinnen. Den auf dem Dach habe ich. Einer kämpft unten mit 6 HP drinnen. Direkt in E drinnen. Das sind mehrere. Hier irgendwo sind doch schon Gegner. Hab sie. Schreckt wieder rund auf. Ja, lol. Unterlegt mich im Ernst einer mit C4 um. Krass in seiner Sucht. Wir kriegen einen Geld aus dem Grunddachhaus. Boah, bleibt noch eine Sekunde am Leben, bitte. Das waren zwei. Hinter der Säule, hinter der Säule hinter dir, Furby. Gott, hab ihn. Ja, gut. Ne, gar nicht. War gar nicht meiner. Okay. So, wie kommen wir denn jetzt auf das Dach, Hannes? Welches Dach? Du meinst... C, C rüberlaufen. Da, wo die sind. Na ja, hm. Ah, da kommen uns C viele entgegen. Hab ihn. Schön. Oh, ja. Wo saß denn der? Wo saß denn der? Keine Ahnung. Okay, weiter. Ich muss sieben Sekunden warten. Oh, shit, ein Panzer. Oh, ja, das hat keinen Wert. Also, du musst in das nächste Haus. Da ist der Fahrstuhl für oben. Ich war das mal hier an der Ecke. Ist der nicht auch voll mit... Oben auf dem Dach bei E. Oben auf dem Dach bei E. Treff ihn nicht. Einen hab ich. Dinger machen überhaupt keinen. Sind so ungenau, diese Waffen. Da steht im Übrigen ein Heli. Lass doch damit hochfliegen. Da fliegen wir hoch und knallen die ab. Guck mal, das ist im Sinne schon ein bisschen. Der hebt gerade ab. Der hebt gerade ab. Ist weg. Ja, ich würd's doch gleich ab, so wie der da gerade fliegt. Na ja. Oben auf dem Dach. Oben drauf. Noch eins höher. Ja, ja. Weg, weg. Weg. Gut, dann rauf auf D. Noch ein Versuch. Nennt man eigentlich das Haus da? Ist das denn das D-Haus, oder? Weiß nicht, welches Haus. Wir müssen einfach nur noch ganz hoch. Hier hinter der Säule sind Gegner. Ich glaub, die kommen außen rum. Das gibt's doch nicht. Ja, den Ding schalten, haben sie schon geholt. Der Lost Rosse. Da fällt mir nix zu ein. Happen. Ich, na, ich werd von nem Fahrzeug, werd ich umgehauen, weil, eh, ist ein Fahrzeug. Renn einfach mal weiter. Renn einfach weiter zu D. Oh, hallo, ich will bei dir spawnen. Okay. Von rechts kommt was rein, von rechts kommt was rein. Wo, wo, wo? Hab ihn. Ist schon tot. Ist tot. Umgeschrotet. Ich hab hier ne Übersicht heute. So, kurz vor Lift. Hier oben ist Beef. Ja. Gut. Muss man sich verdrücken. Auf der Seite geht die Tür auf. Ja. Das könnte hässlich werden jetzt. Definitiv. Ersten hab ich. Im Lift selber drin ist einer noch. Ja. Der im Lift ist tot. Und einer steht da oben an der Kante. Habt ihr alle? An der Kante, den hab ich. Ja, dann ist clear. Dann haben wir's. Gegenüber auf dem Runddach haus ist, hab ich noch was rennen sehen. Äh, ich hab sechs. L-Luft es zu. L-Luft es zu. Oh Mann. Haha. Keiner da. Wie kann das sein, dass dann da keiner drin ist? Ja, du kannst da unten drücken, obwohl keiner da ist. Also, da drüben hab ich auf dem Runddach in der Killcamp noch jemanden laufen sehen. Könnt jetzt eigentlich von jedem sein. So, wo ist denn das andere Dach? Von wo die die ganze Zeit? Äh, auf dem Dach haben die geschossen. Das ist das hier. Ist das? Ja. Und dann gibt's hier noch das kleine Dach da unten. Da sind auch welche. Ah, da unten. Direkt unter uns. Ah, Mist. Wenn ihr den Airburst habt, dann geht das ganz gut da unten. Ja, direkt unter uns sind sie. Aufzug zu. Lüftest du? Hat natürlich keiner C4 reingeklippt. Ja, wir haben auch keiner C4. Achso. Ja. Oh, lol. Ach du Scheiße. Ich hab, glaub ich, keinen einzigen von denen. Nein, haben wir auch nicht. Die sterben aber auch überhaupt nicht. Ja, ich hab in ne Wand reingeschossen oder so. Weil ich auf dem Boden das Zwobein aufliegen hatte. Da ist nicht eine Kugel angekommen bei denen. Ja, das... Aber ich hab keinen gekillt bekommen. Nee, nicht eine Kugel angekommen. Das ist doch scheiße. Sowas ist doch... Ah, Lift. Da muss C4 rein. Das kriegt man ja nicht gut gehalten. Aber sowas muss doch... Hätt sich doch gar nicht viel Kills gekriegt, ne? Ja, sowas muss doch... Muss da auffallen. Ja, deswegen spielen wir ja ne Beta. Ja. Oh, ich wurde kurz zurückgesetzt. Momentan find ich auch noch... Ja, ich hab... Momentan find ich auch noch ziemlich ätzend die Tatsache, dass man an vielen Stellen, gerade bei diesem eingestürzten Haus, dass man da irgendwie hängen bleibt. Da bist du ja mehr am Springen als sonst irgendwas. Oh ja, da hat er ein Fahrzeug kaputt gemacht. Ich hoffe, kann man damit fahren. Nee, komm. Die Blutlarve da hinten. Der fängt an zu grinsen, wenn du mich lötest. Jetzt echt? Ja, da fängt ein Typ an. Mach nochmal. Äh, wo ist denn die Ölfakula? Ja, der fängt an zu grinsen, kein Scheiß. So, ich geh mal C offensiv. Ja, lol, jetzt sind sie wieder drüben auf dem Haus, ne? Auch dabei bei C. Weil, von wo kommt denn der Hannes angesegelt? Von oben. Ach nein. Ich dachte, man kann reierdings aus der Hölle mit dem Fallschirm abspringen. Draus, draus vom Walde kommt er her. Juhu. Ich muss euch sagen, es fliegt viele Kugeln. Es Hannes sehr. Nee, es Hannes sehr. Ah, Graven, links von euch. Was, von wo denn? Ja, ach du Scheiße. Auf diesem kleinen Felsvorsprung, geradeaus von dir. Der lost Russe schon wieder. Oh, mir hat der Panzer getötet. Ja, mich hat er auch. Der Viper ist da, Hannes. Ich bin als Pilot drin. Ja, ich hab's reingeschafft. Ich hab allerdings nur geschützt noch an der Beta. Ja, mach ich. Unter uns bei C sind Gegner. Boah, Alter, was leckt's denn so? Von hinten werden nur aufgeschaltet. Rakete unterwegs, jetzt solltest du Flares ziehen. Wenn's nur nicht so lecken wird. Das kann sich Flares noch erst reloaden lassen. Äh, bei der Reklametafel auf der Mall waren noch welche. Lass uns die hier vom Dach holen. Hier sind auch bestimmt wieder welche irgendwo auf dem Dach. Ja, rechts das Dach über uns. Ja, die haben auch geschossen. Und hinter uns. Das Dach hinter uns, Rakete kommt. Ging raus, ging raus. Alter, diese Leckerei. Ja. Ja, es leckt einfach auch zu krass momentan. Ja, das muss mehr auf Distanz. Also ich wurde zwar eben von meinen Leuten hier gewarnt, also meidet auf jeden Fall die Frankfurts Server, denn die sind Schrott. Falls ihr nicht selber schon in den Genuss gekommen seid, dieser leckenden Scheiße. Ja, hinter dem Gebäude ist was. Das war kein Treffer. Wo sind auf dem Dach welche? Ah, Panzer, Panzer, Panzer. Panzer hat reine Rakete sitzen. Auf dem Dach, auf dem ganz oben Dach. Ab dem Panzer. Das war der Lost Rose. Ja, der Typ oben hat eigentlich nichts mehr. Der hat so viele Kugeln geschluckt. Da ist noch ein Panzer. Ja, der wird jetzt sich da zusammenhelfen und dann erst wieder kommen. Okay, der auf dem Dach ist abgehauen. Ja, hier, direkt auf der E-Terrasse. Ja, Panzer hier. Also ich bin gleich da. Der ist immer noch da oben. Ja, der kämpft es halt jetzt ab. Ich warte, ich warte auf euch. Hinter dir und vor dir ist einer. Kappen. Gut. Hier, jetzt fängt er eine Handgranate da hoch. So, gehittet ist er. Ja. Ja. Ja, da ist gerade noch einer bei ihm gespawnt. Aber der, der vom Dach runter gehöbt ist, den habe ich mir geholt. Sehr schöner Schuss. Wo ist denn dieser scheiß Panzer hier? Ja, den will ich eigentlich auch gerade zerlegen. Oh, leck. Ich glaube, hier sind mehr als ein Panzer, ne? Ja. Ja, ja, es ist direkt vor dem Gegner spawnen, ja. Ja. Da steht auch direkt drunter, steht so ein gepanzerter Transporter. Da kommen welche, Fabi. Ah, eh nur noch ein Ticket. Hat's ja ledigt. Team One. So, ja, actiongeladene Unterhaltung hier. Während da gerade noch ein Transport-Heli upcrashed. Also immer noch nicht wirklich stabil, aber trotzdem nicht weniger spart sich die Beta. Wir werden bestimmt noch die ein oder andere Runde spielen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.